Bhagavad Gita, Vers 4.37 Wie loderndes Feuer Holz in Asche verwandelt, O Arjuna, so verbrennt das Feuer des Wissens alle Reaktionen auf materielle Aktivitäten. Erklärung Vollkommenes Wissen vom Selbst, vom Überselbst und ihrer Beziehung zueinander wird hier mit Feuer verglichen. Dieses Feuer verbrennt nicht nur alle Reaktionen auf gottlose Aktivitäten, sondern auch alle Reaktionen auf fromme Aktivitäten und verwandelt sie in Asche. Es gibt unterschiedliche Stufen der Reaktion. Reaktion, die gerade entsteht, Reaktion, die gerade Früchte trägt, Reaktion, die bereits eingetroffen ist und Reaktion a priori. Doch die Erkenntnis der wesensgemäßen Position des Lebewesens verbrennt alles zu Asche. Wenn man in vollständigem Wissen gründet, werden alle Reaktionen verzehrt, sowohl a priori als auch a posteriori. In den Weden wird gesagt, Man überwindet sowohl die frommen als auch die gottlosen Wechselwirkungen seiner Handlungen. Reaktion. Reaktion. Vielen Dank.